Bei einem Wetter, bei dem man sprichwörtlich eigentlich keinen Hund vor die Tür jagen möchte, fanden sich dennoch eine Reihe von Frauchen und Herrchen sowie deren unerschrockene Bewunderer auf dem Bodenfeld in Wetzlar anlässlich des Tages des Hundes im Rahmen des diesjährigen Hessentages ein. Wir haben heute hier eine Großveranstaltung für Hunde. Diese Veranstaltung haben wir genannt Tag des Hundes. Da sind verschiedene Sachen im Angebot, zum Beispiel eine Rasse, Hundeschau. Wir haben eine Beratungsschau für Mischlingshunde. Wir haben jetzt vor allem, was wir im Moment sehen, eine Darbietung der Rettungshundestaffel Lahn-Dill. Ich denke, wir haben heute etwa 60 bis 80 Hunde hier gesehen. Genau kann ich es noch nicht sagen, ist noch nicht nachgezählt. Die Veranstaltung liegt leider unter dem Wetter. Wir haben ja den ganzen Tag nur Regenwetter und das hat wahrscheinlich viele abgehalten. Unsere Veranstaltung hatte auch den Sinn, dass wir versuchen wollen, bei der Bevölkerung eine Lanze für die Hunde zu brechen. Aber für die Hundehalter, die sich wirklich darum bemühen, einen Hund zu erziehen, einen Hund als Sozialpartner zu haben, der andere nicht gefährdet oder belästigt. Deswegen vermitteln wir eine Grunderziehung an. Und das haben wir eben heute auch gezeigt durch Vorführung zur Begleitung der Ausbildung.